Hallo ihr Lieben, heute habe ich die Ehre mit Franz Keller eines der Lieblingsrezepte von Enne Bordernach zu kochen. Franz, ich grüße dich. Hallo, guten Tag. Schön wieder im Badischen und bei dir zu sein. Was hast du heute von deinem Falkenhof mitgebracht? Ich habe ein Filet mitgebracht für dein Chateaubriand, weil ich weiß, dass die das früher sehr, sehr gerne gegessen haben. Das Filet ist ja das Beste. Und da schneiden wir jetzt halt ein doppeltes ab. Ich würde sagen, da hat jeder so 250 Gramm, so 500 Gramm haben wir hier schon. Wenn wir was machen nach dem Motto, machen wir es richtig. Und dazu machen wir ganz klassisch nachher eine aufgeschlagene Soße, nämlich eine Soße Bernays. Jetzt tun wir aber das Fleisch etwas brädieren, weil dann wird es ein bisschen strammer. Was wir jetzt dazu aber brauchen, ist eine Gewürzmischung. Die stelle ich immer selber her. Aus gleichen Teilen Kümmel, schwarzem Pfeffer und Korianderkörner. Die röste ich in der Pfanne, so wie man Kaffee röstet zum Beispiel, aber vorsichtig, nicht zu stark. In dem Moment, wo der Koriander anfängt in der Pfanne so ein bisschen rumzuspritzeln, muss das runter in kaltes Geschirr. Und dann wird es gemörsert, ganz fein. Und dann nehmen wir das als eine Mischung. Wir mischen jetzt einfach zu diesem Gewürz noch Salz dazu. Ungefähr gleiche Teile. Jetzt würzen wir mit dieser Mischung und ruhig reichhaltig, weil das meiste fällt sowieso wieder ab beim Braten. Aber wir wollen von außen eine Kruste haben. Also wir haben es gewürzt, wir haben die Pfanne und in dieser Pfanne werden wir jetzt Öl und wieder Butter dazu. Franz, erzähl mal, wie ziehst du deine Rinder auf deinem Falkenhof auf? Ohne zu mästen. Die werden bei mir drei Jahre alt, weil ich finde, alles braucht seine Zeit und Fleisch auch. Wir haben ja immer das Problem mit dem schlechten Schweinefleisch in Deutschland, was fünfeinhalb Monate alt ist. Meine Schweine werden ein bis eineinhalb Jahre alt und dann ist es wirklich toll. Wieder zurück hier. Guck, die Butter zerläuft. Ja. Die wird jetzt leicht braun, aber nicht schwarz. Wir müssen sie nicht braun werden lassen. Es ist nur wieder ganz wichtig, dass das sofort brät. Und deshalb gehen wir wieder hier auf die höchste Stufe. Wir machen jetzt in Ringrum eine Kruste. Oben auf den Schnittflächen und auf den Seiten. Und wenn es zu ist, machen wir es in den Backofen da hinten, 180 Grad. Wie lange? Das weiß ich nicht. Das hängt von der Dicke des Stücks ab. Das hängt sogar von dem Alter des Tieres ab, den wir vorher hatten. Aber ich mache es euch einfach. Es gibt so kleine Geräte, mit denen man die Kerntemperatur misst. Und da gehen wir jetzt hin und stechen irgendwann bis in die Mitte, sodass das in der Mitte ankommt. Und dort darf es nicht mehr wie 50 Grad haben, wenn wir jetzt wirklich wollen, dass es nicht durch ist. Sowas durchzubraten, das ist einfach ein No-Go. Das geht nicht. Es muss sein, dass man alles verwertet von einem Tier. Tiere sind zu wertvoll, als dass man wirklich nur hingeht und nur Filet isst. Und wir treiben das sogar so weit, dass wir sogar die Felle verarbeiten. So, jetzt sind wir gleich so weit. Wir sehen, es wird ein bisschen braun außen rum. Wir haben eine Kruste im Ring rum, alles ist zu und wir tun es in den Ofen. 10 Minuten, Viertelstunde, weil 180 Grad ist stolz, aber das brauchen wir auch. Jetzt gehen wir zur Reduktion. Eine Bärnese besteht aus einer Reduktion aus Weißweinessig, aus Weißwein, aus Estragon und Schalotten. Die haben wir hier schon geschnitten. Und Estragon kommt immer rein. Estragon ist einer der wichtigsten Bestandteile von der Sauce Bärnese. Weinessig, aber vorsichtig, nicht viel. Wir haben ja auch einen trockenen Wein genommen. Und das ist jetzt der Ansatz. So viel ist das ungefähr und am Schluss ist dann noch nicht mal mehr ein Drittel davon da. Jetzt tun wir die Butter zerlassen. Und zwar haben wir hier ein Päckchen. Ein bisschen ist schon weg. Für die zwei Portionen, die wir jetzt machen, nehmen wir mal etwas mehr wie ein halbes Paket. Und wo ist jetzt die Schwierigkeit an der Bärnese? Zu wissen, wann die Eimischung richtig geschlagen ist, wenn sie steht und sämig ist und dann die Butter unterziehen. Und dann darf nichts mehr passieren. Also wenn es dann zu heiß wird, wenn die Butter drin ist, dann gerinnt sie. Bleibst du gerade mal bei der Butter, weil die darf nicht braun werden, dann richte ich mal in der Zwischenzeit die Eier, und zwar Freilandeier. Die Eier sollten nicht zu kalt sein. So, Eigelb trennen vom Eiweiß. Wir verwenden jetzt zum Beispiel vier Eier. Wir nehmen das Eigelb. So, jetzt verquellen wir das. Dann mache ich jetzt ein Wasserbad. Warten wir erstmal, bis das Wasser heiß ist. Franz, wo ich dich so sehe, was hältst du vom Thermomix? Thermomix mag gut sein für bestimmte Dinge. Aber wenn mir einer kommt und sagt, der macht da alles drin, dann verbirgt er gut, dass er nicht kochen kann. Weil man braucht Gefühl zum Kochen und ein bisschen Erfahrung. Und würzen tun wir es dann erst am Schluss. Wir haben jetzt nur die Aromaten dran. Vom Essig, vom Weißwein, von den Schalotten, vom Estragon. Am Schluss probieren wir vielleicht noch ein bisschen Salz, vielleicht noch ein bisschen Säure in Form. Aber dann nicht mehr von Essig, sondern von Zitronensaft. Und das war's dann. So, unser Stück Fleisch ist jetzt gleich soweit im Ofen. Jetzt ziehen wir die Bärnäs hoch. Das heißt, wir schlagen das auf den Punkt. Und zwar mit Volldampf hier. Hier haben wir jetzt die Butter. Und die ziehen wir jetzt unter die Hollandaise. Natürlich nicht mehr auf dem Feuer, sondern hier nur auf dieser Glasplatte. Und machen dann eine Bärnäs noch draus, siehst du die Molke, alles rein, damit sie super geschmeidig wird. Du bleibst jetzt dabei und rührst noch ein bisschen. Es kann nicht mehr viel passieren, aber einfach nur bewegen. Ja. Und ich hole das Fleisch raus. So, wunderschön. Guck mal, daran sieht man auch die Qualität. Das Stück ist kaum kleiner geworden. Ich würde sagen, eher gar nicht kleiner. Nehmen wir die Bärnäs rüber. Beenden sie jetzt, indem wir den Estragon, den Gehackten, reintun. Und jetzt wird abgeschmeckt. Guck mal, wunderschön. Wir haben genug drin. Das duftet jetzt schon danach. Und jetzt probieren wir nochmal, ob wir noch mit Salz oder Säure arbeiten. Salz, ja. Säure, nicht, oder? Würde ich jetzt nicht sagen. Dann lassen wir es, wie es ist. Weil ich finde es auch so in Ordnung. Und Franz, was trinken wir jetzt für einen Wein dazu? Einen Rotwein, einen Pinot Noir oder Spätburgunder. Franz, wie immer vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ja. 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 Also das Fleisch mit der Soße ist wirklich ein Traum. Franz, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017